Philipp Lahm, und jetzt ist er drin! Oh, der war aber fast drin, jetzt 1 zu 0. Ribery, 1 zu 0, 1 zu 0. Das ist gut, und das ist ein 1 zu 0, das gibt sich das, das schnellste Tor in der Geschichte der Champions League. Neuer Hall, das gibt es nicht! Gut gemacht, Tor! Zickler, kann das 4 zu 1 machen, und das ist das Tor! Hasta la vista, Bayerns Finalista! Und was für ein Tor, wo war die Helga? Es gibt den Spruch, 90 Minuten im Bernabeu sind lang. Die Meisterschaft, und wir wollen auch mal klar! Das sind genauso lang, wie in der Allianz Arena auch. Und wenn Sie jetzt ins Stadion gucken, dann wissen Sie, es ist ein besonderes Fußballspiel. Überragend! Ich kann nicht mehr! Das ist europäische Weltklasse! Es ist nicht zu fassen, ihr müsst es mir einfach glauben! Ich kann nicht mehr, 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 ich